Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, Herr Bundeskanzler, Sie sprachen in Ihrer Rede von der Deutschlandgeschwindigkeit, von der Geschwindigkeitserfindung der Dampflokomotive. Welche Geschwindigkeit das ist, das sehen aktuell die Bürger in Ihrer Wahrnehmung. Ihre Wahrnehmung zur Situation des Landes geht wirklich an dem Problem vorbei. Herr Merz, in Ihrer Rede muss man wirklich sagen, Sie suchen jetzt nach den Grünen, nach den nächsten Koalitionspartner. Das soll dann die FDP sein, dieser Schmusekurs. Eine FDP, die in dieser Bundesregierung Handwerk und Mittelstand verrät, diese FDP wird es bald nicht mehr geben. Sie ist überflüssig. Das werden die nächsten Landtagswahlen ganz deutlich zeigen. Was wir heute und auch gestern schon von Herrn Linder gehört haben, ist, dass diese Ampelpolitik Schuldenpolitik bedeutet. Die Schulden werden eben nicht hier in Berlin getilgt, sondern draußen im Land von den Bürgern. Ampelpolitik ist auch immer ein Stück postmodern und eben beliebig. So sind die Berechnungen der Neuverschuldung doch recht kreativ. Auch heute haben wir das von Ihnen gehört, Herr Bundeskanzler. Der Bundesfinanzminister verpackte sein Kunstwerk gestern in Sage und schreibe 50 Minuten Redezeit. Der Deutsche Bundestag ist es nun, der einen Haushaltsentwurf verabschieden soll, indem die über 70 Milliarden Euro in den sogenannten Sondervermögen, also neue Schulden, versteckt sind. Die zugewiesenen EU-Schulden von 13,2 Milliarden Euro hat er ganz beflüssig unter den Tisch fallen lassen, und das zusätzlich zur offiziellen Neuverschuldung von 16 Milliarden Euro. Also weit über 100 Milliarden Euro neue Schulden. Das zu soliden Finanzen, Herr Scholz. Das ist alles andere als dies. Zitat. Das Geld fällt doch nicht vom Himmel. Ein Zitat vom BDI-Präsidenten Russwurm, der Welt am Sonntag zusagte. Vielleicht hat Herr Linder deshalb sogar plötzlich die Schuldenbremse wieder für sich und seine Politik entdeckt. Zu spät, meine Damen und Herren von der FDP. Zwei Jahre zu spät. In dieser destruktiven Ampelregierung hätten Sie noch den meisten wirtschaftlichen Verstand vielleicht besitzen müssen. Allerdings hat das trojanische Pferd in der Bundesregierung offenbar den Namen Freie Demokraten. In ihm verstecken sich nämlich die Steigbügelhalter eines dominanten Staates. Und Sie, Herr Linder, haben es im Bundeskabinett zugelassen, dass mitten in der größten Inflation der letzten Jahre deutsche Firmen ins Ausland verkauft werden. Und aus Ihrer Fraktion kamen immer wieder die kriegslüsternen Töne von Frau Strack-Zimmermann, die nun ihr Zugpferd für die anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament sein soll. Viel Spaß dazu. Sie sind als Politiker und Partei mittlerweile nur noch unglaubwürdig und wirklich absolut überflüssig. Die FDP ist eben genau das, was sie schon immer war, der Ping-Pong-Ball, den die Regierungsparteien für Koalitionen brauchen. Und, werte Kollegen, viele von Ihnen verbringen seit Monaten und auch in der Sommerpause Zeit damit, den Bürgern und den Medien zu erklären, warum die Alternative für Deutschland nicht gut für unser Land sein soll. Nur vergessen genau diese Leute auch, dass nicht wir in der Regierung sind. Dort sitzen SPD, Grüne und FDP. Und die CDU findet sich noch immer in der Opposition nicht ganz zurecht, mauert an seinen Brandmäuerchen rum. Und auch das fällt als Opposition komplett mittlerweile die CDU aus. Alle diese Parteien, meine Damen und Herren, machen seit über 20 Legislaturperioden im Deutschen Bundestag Politik. Sie sollen endlich mal selbst und ihre politischen Leistungen anfangen zu kritisieren und sich vielleicht einfach mal fragen, warum gibt es eigentlich eine Alternative für Deutschland? Sie sollten endlich die Zeugklappen auch absetzen und nicht alle Anträge der AfD-Fraktion ablehnen. Denn dann ging es unserem Land wirklich besser, meine Damen und Herren. In der Bevölkerung machen Sie sich alle anscheinend mehr und mehr unglaubwürdig. Und das entdecken offensichtlich immer mehr Bürger. Von denen wollen Sie zwar alle wieder gewählt werden, Frau Esken, in Sachsen 6 Prozent die SPD. Sie sollten ganz leise sein. Aber deren Interessen vertreten wollen Sie schon lange nicht mehr. Zitat. Die Lage wird toxisch, sagt die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller. Antworten der Politik jedoch, die die Interessen der Wirtschaft vertreten sollten, zum Beispiel wie unsere Forderung CO2-Abgabe abschaffen, Energiesteuern runtern. Die gibt es nicht. Bürokratieabbau. Ja, dann lassen Sie endlich das Lieferkettengesetz fallen. Das braucht hier in diesem Land niemand. Es geht mittlerweile auch niemand mehr davon aus, und ich im Übrigen noch nie, dass die Grünen mit Steuergeld überhaupt umgehen können. Es hat schon immer Spaß gemacht, bei den Grünen das Geld anderer Leute Gassi zu tragen. Und wir werden von der Politik des Herrn Habeck tagtäglich darin auch bestätigt. Eine solche wirtschaftsfeindliche Politik hat es in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Diese grüne Wirtschaftspolitik funktioniert nur in der gleichfarbigen Blase einer Partei, die daran glaubt, das Klima retten zu können. Und das hat einen Preis, der für uns alle unbezahlbar wird, meine Damen und Herren. Allein das Heizungsgesetz, GEG, kostet unfassbare 2.500 Milliarden Euro den Bürgern. Und das sind Ihre eigenen Zahlen aus der Bundesregierung. Dieses Gesetz braucht kein Mensch. Und die Union soll nicht so tun. In Sachsen plakatiert sie Heizungsverbot stoppen, als wenn sie dieses Gesetz auch nicht wölte. Frau von der Leyen, wahrscheinlich Ihre Spitzenkandidatin von der CDU für die Europawahl, plant sogar ein noch schärferes Gesetz auf EU-Ebene. Diese Doppelmoral ist so was von unglaubwürdig, und das erkennen immer mehr Bürger. Zitat. Die Deindustrialisierung, Herr Scholz, Sie haben ja gesagt, die gäbe es nicht. Die Deindustrialisierung beginnt. Da stellt der Vorstandsvorsitzende des Chomie-Konzerns Lanxess, Matthias Zachert, fest. Das sind Sie und Ihre Kabinett, die deindustrialisieren wollen. Prognostizieren meine Kollegen und ich Ihnen nachweislich schon seit Monaten, Herr Bundeskanzler. Und deshalb öffnen Sie wieder, wenn Sie können, bitte beide Augen und sehen Sie, wie die deutsche Wirtschaft reagiert, wie sie abschmiert. Und kümmern Sie sich endlich um das Rückgrat in diesem Land, um die deutsche Wirtschaft. Laut dem Energiewendebarometer der DIHK erwägen aktuell 43,3 Prozent aller Industrieunternehmen mit über 300 Beschäftigten eine Verlegung ihrer Kapazitäten ins Ausland. 6,7 Prozent planen dies bereits. Bei 17 Prozent laufen diese Planungen. Und bei 19,7 Prozent sind die Realisierungen schon abgeschlossen. Damit packen aktuell 36,7 Prozent der größten Industriebetriebe ihre Koffer. Und das war erst dann für den Industriestandort das Ende in diesem Land. Das ist die Realität, der Sie sich komplett verschließen. Und diese Bundesregierung hinterlässt eine traurige Landschaft aus nicht funktionierenden, hoch subventionierten Windrädern, eine unsichere Energieversorgung ohne Grundlast und eine unendlich hohe Abgabenlast. Damit schaffen Sie keine Anreize für wirtschaftliche Unternehmungen oder gute Lebensbedingungen für all die Menschen, die tagtäglich zur Wertschöpfung beitragen. Welches Geschlecht im Personalausweis steht, das können die Bürger entscheiden. Ob Sie aber in Zukunft noch die Heiz- und Stromkosten bezahlen können oder welche Heizung Sie überhaupt einbauen dürfen, das wissen Sie nicht. Werte Bundesregierung, Ihre politischen Schwerpunkte sind völlig entrückt. Und wie die die FHZ unlängst titelte, Sie sind absolut regierungsunfähig. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Industrie. Eine Gießerei in meinem Wahlkreis hat im Jahr 2016 für eine Kilowattstunde Strom 11,47 Cent gezahlt. Der Krieg in der Ukraine und die damit erlassenen unsäglichen Sanktionen führten zu einem Preisanstieg um 98 Prozent auf 22,37 Cent je Kilowattstunde im Jahr 2022. Ab März dieses Jahres muss dieser Betrieb die nächste Erhöhung um 98 Prozent hinnehmen. Es sind dann 44,99 Cent die Kilowattstunde. Dieser Betrieb, Herr Habeck, hat eine super CO2-Bilanz. Er produziert einfach nicht mehr. Wie auch der Waggon-Borniski, der Konkurs angemeldet hat. Das sind ja nur 180 Arbeitsplätze. Und nun erwartet wirklich niemand, dass der Bundeswirtschaftsminister weiß, was darauf folgt. Ich kann es Ihnen sagen, eine Schockstarre aus Kurzarbeit und Hoffnung darauf, dass der Staat seine Grundaufgaben erfüllt und endlich Infrastrukturpolitik macht. Das ist Ihre Aufgabe in diesem Land. Mit Ihnen und Ihrer Ampel, Herr Bundeskanzler, hat Deutschland wirklich fertig. Sie verspielen auch das, sage ich, seit Monaten nicht nur das Vertrauen in Ihre Regierung, sondern in die Politik. Sie können uns daher dankbar sein, dass wir als einzig wahrneinbare Opposition Fehler hier in diesem Haus klar benennen und deshalb die Bürger überhaupt noch an die Wahlurmen kommen. Und das, obwohl Sie von Ihrem Bundeskanzler nicht einmal mehr ehrliche Worte erwarten dürfen. Sie haben Ihre Klausur in Meseberg angesprochen, und dort sagten Sie der Presse, die Preise sinken. Über welche Preise sprachen Sie da eigentlich? Die Teuerung spielt bei einer Inflation von über 6 Prozent wirklich jeder. Und die nächsten Preissteigerungen sind bereits angekündigt in Gastronomie, in der Automobilindustrie und bei den Energieerzeugern. Hier ein Beispiel. Kostete eine Klimaarbeitsstunde Gas für einen Privathaushalt in diesem Sommer noch aktuell 5,38 Cent, wird dieser Haushalt ab 1. Oktober diesen Jahres 9,7 Cent die Kilowattstunde zahlen. Das ist eine Preiserhöhung von 81 Prozent. Aktuell. Und nebenbei gefragt, Herr Scholz, wissen Sie ins Wissen, was ein Liter Benzin oder Diesel kostet? Mittlerweile sind wir wieder bei der 2 vor dem Komma. Ihre Wahrnehmung ist mittlerweile vollkommen abgekoppelt von der Lebenswirklichkeit. Sie leben in einer Scheinwelt. Das hat Züge von den letzten Tagen der Volkskammer in der DDR. Aber Sie haben immer neue Vorschläge, wie Sie mehr aus der Wirtschaft pressen wollen, um die wirren Klimawendepläne zu erfüllen. Seien Sie deshalb auch mal mutig und informieren Sie die Bürger. Doch schon heute, dass mit der Verdoppelung der Mautgebühren auf deutschen Autobahnen, die ab 2024 kommen sollen, wieder neue Preissteigerungen zu erwarten sind. Und wieder wird die Inflation dadurch hochgezogen. Im Übrigen ab 3,5 Tonnen. Das betrifft dann auch Kleinunternehmer und den Mittelstand, die wieder darunter leiden werden. Es wird wirklich Zeit, dass die Bürger zu ihrem Recht kommen. Und dafür garantiert der Sozialstaat, der auf einen Ausgleich zwischen Arm und Reich, zwischen Alt und Jung zielt. Dieser Interessenausgleich ist bei Ihnen aber mittlerweile vollkommen aus dem Blick geraten. Wer nicht arbeiten möchte, bekommt Ersatzleistungen nahezu bedingungslos. Und die, die arbeiten, verlieren Monat für Monat am Netto, wie die Rentner. Liebe Kollegen, noch steigt die Lebenserwartung in Deutschland und damit auch der Bedarf an Versorgung, finanziell und medizinisch. Aber unter Gesundheitsminister Lauterbach wurden Kliniken geschlossen. Und das Schäbige daran ist noch, dass die Impfgeschädigten in diesem Land alleingelassen werden. Steht die im Grundgesetz garantierte unantastbare Würde des Menschen bei Ihnen überhaupt noch im Mittelpunkt für die eigene, für die deutsche Bevölkerung? Ihre fahrlässige und verfehlte Migrationspolitik ist ein weiterer Bereich, mit dem diese Bundesregierung unser Land spaltet, mit dem diese Bundesregierung wirklich auf Amokfarb weiterfährt. Dass straffällig gewordene Asylbewerber und Migranten konsequent ausgewiesen werden müssen, wäre wirklich eine erste kleine Maßnahme. Aber nichts passiert. Merken Sie nicht, wie Sie hier mittlerweile die Kontrolle darüber verlieren, wer in unser Land kommt. Hunderte Migranten täglich an der deutsch-polnischen Grenze. Diese Geisterfahrt muss wirklich beendet werden. Merken Sie nicht, wie die Bürger es leid sind, wie mit ihren Steuergeldern umgegangen werden wird. Der vorgelegte Entwurf zum Bundeshaushalt beweist, dass umso mehr eine wirkliche Veränderung für unsere Bürger, die deutsche Wirtschaft und ein zervorienes Deutschland in Europa kann es nur mit Neuwahlen geben. Herr Bundeskanzler, machen Sie deshalb den Weg frei. Die Zeit, der Ampel ist abgelaufen. Und es geht hier nicht um Parteipolitik. Es geht hier sehr wohl um nationale Kraftanstrengung. Und die wird es nur mit der AfD geben. Es geht um unsere Heimat, in der wir unsere Kinder und Enkelkinder sehr gern in Sicherheit und Wohlstand leben möchten. Daran würden wir als Alternative für Deutschland in einer neuen Bundesregierung mit aller Kraft, mit Überzeugung und Glaubwürdigkeit im Interesse Deutschlands und seiner Bürger arbeiten. Vielen Dank.